Hast du dich auch schon mal gefragt, warum bei Darmunterwäsche immer eine solche kleine Tasche im Schritt vorhanden ist? In diesem Video gehe ich genauer darauf ein und zeige dir, wofür diese ist. Denn diese Tasche nennt sich Zwickel und hat tatsächlich eine Funktion. Und nein, dabei handelt es sich nicht um ein kleines geheimes Versteck. Denn allein aus hygienischen Gründen ist dieser schon unverzichtbar. Durch diese kleine Tasche kann die Luft im Intimbereich viel besser zirkulieren und das sorgt eben dafür, dass hier eine deutlich bessere Flora herrscht. Zudem verstärkt dieser kleine Einnäher die Unterwäsche und sorgt eben dafür, dass sie auch wirklich stabil sitzt, so wie sie sollte. Teilweise wird bei Unterwäsche hier auch die Blickdichtigkeit ein bisschen verbessert und die dann doch eher empfindliche Haut wird dadurch geschützt, da dieser Stoff hier eben deutlich besser ist, als zum Beispiel ein Spitzenstoff, der teilweise ja auch verarbeitet wird. Teilweise ist dieses übrigens komplett zugenäht und teilweise handelt es sich dabei eben um eine solche kleine Tasche, wie du hier sehen kannst. Das macht aber keinen wirklichen Unterschied, es geht hier rein nur um die Funktion, die diese kleine Tasche bzw. dieses kleine Stoffstück hierbei hat. Wenn du dich bisher also auch immer gefragt hast, was diese Tasche für eine Funktion hat, dann weißt du es jetzt. Ich verlinke dir jetzt an dieser Stelle noch ein weiteres Video, in dem ich dir zeige, dass du Konservengläser wahrscheinlich dein ganzes Leben lang falsch geöffnet hast. Schau dir auch das Video unbedingt einmal an. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auf gar keinen Fall diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du dann auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.